Hallo liebe Steinbockfrau, lieber Steinbockmann, hier ist die Inbal von Inbalstarro.com. Herzlich willkommen! Gerne möchte ich heute mit dir schauen, wie dein Liebesleben diese Woche vom 25. bis 31. Mai aussehen wird. Beachte bitte immer auch dein Mond, Venus und Aszendentzeichen. Unten in der Infobox und im obersten Kommentar findest du die Links zu den häufigsten Fragen, die Links zu den Jahres, Monats sowie Wochenlegungen, Informationen zur Verlosung findest du ebenfalls. Man kann bis Ende Woche eine persönliche Session bei mir gewinnen. Und außerdem befinden sich unten auch meine Social Media Accounts. Ich bin auf Instagram und Facebook unterwegs. Okay? Also, die Rollen können vertauscht sein und die Legungen sind immer geschlechterunabhängig. Zeit ist flüssig und es handelt sich hierbei um Kollektivlegungen, ja. Eine Info noch an jene, die neu hier sind. Ich arbeite bei intuitiven Legungen immer zuerst mit inneren Visionen, inneren Messages und gehe dann zu den Karten über. So, starten wir mal. Gib mir bitte ein Bild zum Liebesleben von Steinbock vom 25. bis 31. Mai 2020, bitte. Ich sehe dich, die Party verlassen. Da ist eine Party und du verlässt diese Party, während sie in vollem Gange ist. Du gehst. Warum gehst du, Steinbock? Ich kann nichts mehr mit diesen Leuten anfangen, sagst du. Ich kann nichts mehr mit diesen Leuten anfangen. Zu Hause habe ich Besseres zu tun. Was ist denn das, was du zu Hause zu tun hast, Steinbock? Nichts. Okay. Lieber gehe ich nach Hause und tue nichts, anstatt mich hier mit diesen Menschen da abzugeben, sagst du. Okay. Und Steinbock, was bedeutet das in Bezug auf dein Liebesleben, bitte? Ein Mensch hat mir das klargemacht, sagst du. Ein Mensch hat mir klargemacht, dass ich da, wo ich bin, nicht hingehöre. So wie wenn sie von außen so dich beeinflusst hätten. Oder ist es, weil du dich gefunden hast, Steinbock? Weil du sagst ja, lieber bin ich zu Hause und tue einfach nichts, sitze da einfach auf dem Sofa mit mir selbst. Anstatt mit diesen Menschen zusammen zu sein. Also Menschen, die sich selbst nicht kennen, die sich selbst nicht mögen, verbringen gerne Zeit mit vielen Menschen. Ja, es gibt das introvertiert und extrovertiert Zeugs, aber das ist was ganz anderes. Das hat mit dem Öffnen zu tun. Es geht hier mehr darum, dass es sehr, 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 sehr oft Menschen gibt, die Zeit mit sich selbst versuchen zu meiden. Und dadurch siehst du sie ständig irgendwo mit irgendwelchen Menschen, was am Trinken, was am Essen, am Feiern und Tun und Treffen. Sie sind nie mit sich selbst. Also die verbringen mehr Zeit mit anderen Menschen wie mit sich selber. Und du sagst jetzt, ich will jetzt Zeit mit mir selber verbringen. Ich mag mich, ich mag mich und lieber sitze ich zu Hause auf dem Sofa und tue nichts, als dass ich Zeit mit all diesen Menschen verbringe. Ritter der Schwerter, sieben der Stäbe. Lass mich in Ruhe. Du scheinst dich wirklich aufzuregen, Steinbock, über dein Umfeld. Und die sollen dich in Ruhe lassen. Hier stürmst du regelrecht aus der Party raus und hier sperrst du dich zu Hause ein. Der Hierophant. Erkenntnisse. Erkenntnisse. Der Hierophant, das ist ein Geistlicher. Und Geistliche arbeiten viel mit solchen Themen. Oder meine Seele, das Ich und wer bin ich, wohin gehöre ich. Also die Pfarrer, die geistlichen Ansichten, die haben ganz leichte Antworten auf solche Dinge. Gott, Jesus, solche Dinge sagen sie und dann ist das erledigt. Die Wahrheit sieht ein bisschen komplizierter aus. Und diese komplizierte Wahrheit hast du entwirrt, Steinbock. Und du hast dich mit deinem höheren Ich verbunden. Mit deinem höheren Wesen hast du dich verbunden. Vorher warst du in deinem niedrigeren Wesen. Und jetzt, wo du dich mit deinem höheren Wesen verbindest, kannst du mit diesen anderen Menschen nichts mehr anfangen. Ich spüre hier vor allem so Freundeskreis und so heraus. Muss ich ehrlich sagen. Eher Freundeskreis, Arbeitsplatz. Solche Dinge. Königin der Stäbe. Ich sage es dir eben, das ist nicht die Liebe, die du da verlässt. Ein Mensch oder das. Also, das kann natürlich sein, dass es hier Steinböcke gibt, die eine Ehe oder so verlassen. Aber da ist nichts mehr mit Liebe. Es ist dann einfach nur noch ein Umfeld. Da ist eine Ehefrau, ein Ehemann, der einfach nur noch als Umfeld klassifiziert werden kann. Ja, du willst was ganz anderes. Du hast dein Augenmerk auf einen ganz anderen Mann, eine ganz andere Frau gelegt. Dein altes Umfeld sperrst du komplett aus und du sagst, dieser Mensch hier passt zu meinem höheren Ich. Passt zu dem, was ich wirklich bin, was ich wirklich wert bin. Zehn der Münzen. Ich glaube, das ist schon mal bei dir gekommen. Ja, das war in der Tageslegung. Das war in der Tageslegung vor Anfang Woche, dass du vor allem online unterwegs bist. Und ich sehe dich hier diesen Menschen online beobachten. Das sind Karten von 1918. Da gab es noch kein Internet. Münzen stellen gleichzeitig auch Megabytes, Megabits, Kilobytes etc. etc. dar. Das sind Daten, Übertragungen, Münzen. Das ist die Gesellschaft, in der du diesen Menschen da beobachtest. Sie sind auf ihrer eigenen Party und du willst Teil dieser Party sein. Du sagst, dahin gehöre ich, da wo dieser andere Mensch da ist. Raus aus der einen Party hin zum nächsten. Steinbock, die warten da auf dich und deine Drinks sind auch schon parat. Die warten hier auf diese Party drauf, dass du auf sie zukommst. Die werden dich hier empfangen. Herzlich willkommen, Steinbock, in deinem neuen Umfeld. How can I help you? Die warten drauf. Dein Drink ist schon parat. Es ist dein Cocktail mit einem Fischchen drin. Es gibt sicher so komische Partys, wo Drinks mit Fischchen drin serviert werden. Kann ja sein. Du wirst da erwartet, Steinbock. Es ist jetzt dir überlassen, wie du diese Party hier verlässt und zur nächsten gehst. Ich werde jetzt hier mit dem Hexentarot eine weitere Reihe ziehen. Dann wissen wir, was hier genau passieren wird und worauf das Ganze hier hinausläuft. Diese Karten hier werde ich fragen, was du noch nicht über diesen Menschen weißt, aber wissen solltest. Und da, wo ich Action sehe, werde ich eine Zeitkarte ziehen. Dann wissen wir, wann das ungefähr stattfinden wird. Den Link für die Fortsetzung findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, dann freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute. Macht's gut. Bye, bye.